Hallo meine Freunde und willkommen zu meinem nächsten Tomatencremesuppenblog oder besser gesagt nur eine kleine Ankündigung, ich muss mich nämlich sehr sehr kurz halten. Ich wollte nur gesagt haben, heute ist der 21.07. Und ich bin jetzt eigentlich gerade im, ja, kleinen Stress, sage ich jetzt einmal. Ich bin gerade am Packen von meinen ganzen Sachen, weil ich gestern leider nicht mehr dazugekommen bin, weil es mir da den Kreislauf zusammengehauen hat und die letzte Woche auch nicht dazugekommen bin, weil ein blöder Wichser in mein Auto gefahren ist. Yay. Ähm, dementsprechend bin ich leider nicht wirklich dazugekommen, früher zu packen, da ich ab heute nach Hamburg fahre und dementsprechend im Urlaub bin und dementsprechend bin ich leider auch nicht wirklich dazugekommen, ähm, meine ganzen Videos hochzuladen. Danke 1&1 für das super tolle Internet, das ich hier habe. Dadurch, dass ein Part, äh, von Jurassic World, lasst mich lügen, ich glaube 12 Stunden, wenn nicht sogar länger zum Updaten braucht, äh, zum Uploaden. Sehr gut. So, auf jeden Fall, ähm, wollte ich damit nur gesagt haben, ich bin jetzt leider nicht dazugekommen, diverse Videos für euch hochzuladen. Das wird sich dann, ähm, dementsprechend so auswirken, dass die nächste Woche leider von mir keine Videos kommen werden. Denn die Woche drauf, das bedeutet, lasst mich lügen, schauen wir doch einfach mal, die Woche vom 30. Juli, will ich schauen, dass dort wieder Videos kommen. Ich kann es einfach nicht versprechen, weil ich jetzt nicht weiß, ähm, wie es dann vom Uploaden her klappt, weil ich erst am 29. wieder da bin. Das ist der Sonntag, nächste Woche. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob ich es bis dahin irgendwie schaffe, irgendwas aufzunehmen, beziehungsweise irgendwas hochzuladen. Das wollte ich euch nur schon mal gesagt haben, weil ich jetzt nicht einfach in Urlaub gehen wollte und dann kommen auf einmal keine Videos mehr und dann ist auf einmal das Geschrei groß, warum da nichts mehr kommt. Und nein, das wollte ich nicht haben, sage ich jetzt mal. Deswegen wollte ich euch einfach nur kurz Bescheid geben. Allerdings gibt es dafür natürlich wieder eine kleine Entschädigung dafür, meinerseits aus Hamburg. Das kommt dann natürlich, sobald ich wieder hier zu Hause bin. Also gut, meine Freunde, das war dann mal mein kleines Infovideo darüber, dass leider keine Videos kommen die nächste Woche. Ich danke euch trotzdem fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Eine Woche ohne mich, was sollen wir da noch machen? Ha, zum Glück gibt es Joupon. Ja, ich bin schon. Vielen Dank.